Ja, hier sind wir auf der SPS in Nürnberg. Für uns auch dieses Jahr wieder das Innovationszentrum für Lösungen in Vernetzung, Automatisierung und damit auch Elektrifizierung. Und klar, es gibt etwas konjunkturellen Gegenwind, insbesondere verglichen mit dem Boom der letzten beiden Jahre. Was für uns als Phoenix Contact dabei wichtig ist, wir werden dadurch nicht unseren Nordstern aus den Augen verlieren. Unsere Dekadenstrategie, die All Electric Society, bleibt unser Zielbild. Was ist mehr als ein Geschäftsmodell oder ein Technologieszenario? Sie ist die Grundlage dafür, dass wir Wachstum und Wohlstandsentwicklung mit CO2-Freiheit und Nachhaltigkeit in Einklang bringen können. Und darum werden wir nicht müde, mit Leidenschaft für Technologie und Innovation gemeinsam an dieser nachhaltigen Welt zu arbeiten.